Ich war wirklich eine sehr, sehr aufrechte Sozialistin. Als der Thälmann-Park eröffnet wurde, war ich erstens wirklich fest davon überzeugt, dass in dieser Wohnsiedlung gegenüber von Thälmann-Denkmal Irma Gabel-Thälmann wohnt. Weil ich dachte, natürlich muss sie dort wohnen, weil sie will ja jeden Tag ihren Vater sehen. Ich bin auch wirklich freiwillig mit meinem roten Halstuch und meiner Pionierbluse einfach so am Nachmittag Blumen kaufen gegangen, um sie zum Thälmann-Denkmal hinzutragen und meinen Pioniergust davor zu machen. Ich habe auch Erich Weinert sehr verehrt, der hatte ja auch eine Tochter. Und es gab diese Kinderbücher, Grüße vom Frühling oder so, über die Tochter von Erich Weinert. Und dann irgendwas mit Teddy über Thälmann eben. Und diese ganze Thematik um den aufrechten Antifaschisten, die hat mich schon mal fasziniert. Ich habe ganz früh Nackt unter Wölfen gelesen, das hat mich zutiefst bewegt. Und erst nach der Wende habe ich eben im Geschichtsunterricht erfahren, dass es noch die andere Verfolgungsperspektive gab. Dass es also nicht nur Antifaschisten gab als Opfer im Nationalsozialismus, sondern auch Juden. War mir vorher nie bewusst, weil ich eben ganz monokausal geschuld war, aber sehr linienkonform im Sinne von, ich wollte gerne auch ein guter sozialistischer Mensch sein. Ich habe die deutsch-russische Freundschaft sehr gepflegt, aber so dieses der Westen oder die Bösen, das habe ich nicht so empfunden und auch nicht so wahrgenommen. Ich habe, mein Vater hatte dann eine Zeit lang eine Beziehung zu einer Frau, die mir die Astrid Lindgren Bücher geschenkt hat. Und da wusste ich, dass das was Verbotenes war, aber nicht im Sinne von Böse, sondern es war einfach was Verbotenes und was Besonderes. Und das habe ich wirklich verschlungen. Ich wusste, dass mein Vater den Westen schlimm findet. Und deswegen haben wir immer dienstags, wenn er im Jazzclub war, mein Bruder und ich, und dann war er weg, haben wir dann eben heimlich Westfernsehen geguckt, an so einem ganz, ganz kleinen Fernseher, wo wir dann mit der Gabel in den Antennenausgang gestochen haben, um Sat.1 zu gucken. Das war dann auch so ganz grisselig und schwarz-weiß, aber da haben wir TJ Hooker geguckt. Und ja, das war echt toll. Immer verboten und dann musste man das dann schnell ausmachen. Und dieses, der Westen als das Schlimme oder das Arme oder der Gegner oder so, das kam dann mit dem Mauerfall. War das dann so ein Thema, was wird jetzt aus uns? Und mich hat das auch, als wir das erste Mal in Westberlin waren, das war eine Woche bestimmt nach dem Mauerfall, ist mein Vater mit mir rübergegangen, dann war das Oberbaumbrücke in Kreuzberg. Und das war für mich total krass, zum ersten Mal Obdachlose zu sehen. Also in meiner Wahrnehmung gab es das ja überhaupt nicht. Ich war überhaupt absolut nicht sensibel. Ich hatte nicht mit Arbeitsweigerern oder Systemfeinden oder so zu tun. Und ich habe mir darum auch gar keine Gedanken gemacht. Und für mich war das krass, Armut zu sehen. Ich habe viele Jahre lang mein Taschengeld immer, jedem Sophie immer geschenkt, weil ich dachte, dass ich damit jetzt wirklich Gutes tue.